Im Namen Allahs, des Barmhertigen, des liebenden Erbarmers. 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 La Ilahe Inla Allah Allah-u-Akbar Untertitelung des ZDF, 2020 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 ZDF, 2021 ZDF, 2020 Vielen Dank. Wo beten die denn? Geben Sie, meine Damen und Herren, Sie haben immer in den Muslimen gebetetet, und die großartig sind in der Gebetetung des Todes. Herr Schaaf, Herr Schaaf. Und das ist die Wahrheit, die Wahrheit und die Wahrheit und die Wahrheit. und wenn es im Versuch ist, die Wünsche sind, die Schmerzen der Schmerzen zu haben. Schmerzen der Schmerzen nicht zu wissen, 4 Tatschübers, keine Rekühe oder Sajübe. Wir schreiben nach der erste, die erste, die die Schmerzen der Schmerzen, die die Schmerzen der Schmerzen, die Schmerzen der Schmerzen. ثم بعد التكبيرة الثالثة ندعو بدعاء طويل للمتوفى أن يتقبله الله ويغفر له ثم في الوقع التكبيرة الرابعة ندعو لأنفسنا إذا صرنا إلى ما صار إليه لا للمتوفى شكرا 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 للمتوفى للمتوفى لا يوجد مكان هنا للمتوفى للمتوفى لا 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 السلام عليكم لمن أراض لمن صلح لمن صلح لمن صلح لمن صلح إن人 أراضي كل مكان لمن صلح للمتوفى اللهم أربع ونصبح «لتموتى اسسلهم ومن صلح تفحطين مسلت لتمكن هناك للمتوفى سلطت لتمكن من هناك هل سلطط عقل أمر من صلح Allah Oh! Allah Mu'azzam. Salam alaikum wa rahmatullah. Er hat gesagt, bleibt alle auf den Plätzen, er hört auch an ihm. Er hat gesagt, wir haben einen Abstand. Er hat sie das, dass er ein Abstand ist. Er hat sie nicht. Für viele, die müssen wir da ein paar Jahre machen. Er hat sie einen Abstand. Die Ecke blev er. Er hat sich, dass ich in den ersten Ecken versuche, dass ich den ersten Ecken. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 ZDF für funk, 2017 ZDF für funk, 2017 Liebe Geschwister im Islam, wir sagen das, was unser geliebter Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam eins sagte. Wir sagen das, was einst unser geliebter Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, als sein Sohn Ibrahim verstarb und er vor seinem Grab stand. Wir sagen das, liebe Geschwister im Islam, was er sagte, das Auge, es tränt und das Herz, es erfüllt mit Trauer. Und wir sagen nur dies, was unseren Herrn zufrieden stellt und wir sind über dein Verscheiden, oh Yusuf, mit Trauer erfüllt. Und wir sind über dein Verscheiden, oh Yusuf, mit Trauer erfüllt. Jedoch, liebe Geschwister im Islam, dürfen wir eines nicht vergessen, dass eine jede Seele eines Tages den Tod schmecken wird. Und dass wir alle in einer Reihe stehen und eines Tages der Tod uns auch ereilen wird. Und wie wir sehen, liebe Geschwister im Islam, macht der Tod keinen Unterschied zwischen einem alten Mann und zwischen einem 18-jährigen Jugendlichen. Der Tod, wenn er kommt, dann kommt er. Der Tod, er klopft nicht an, bevor er kommt. Er bittet nicht um Erlaubnis, bevor er kommt, sondern er kommt unerwartet, liebe Geschwister im Islam. Und aus diesem Grund, und genau aus diesem Grund hat Allah subhanahu wa ta'ala uns im Koran immer wieder an den Tod erinnert. Und so sagt er Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala erwähnt den Tod vor dem Leben, weil wir nur auf diese Welt gekommen sind, um sie eines Tages wieder zu verlassen. Um zu prüfen, wer von euch die besten Taten vollbracht hat. Das ist es, liebe Geschwister im Islam, worauf es ankommt, gute Taten im Diesseits zu verbringen. Weil egal wie lange ich hier lebe, egal was ich besitze, egal was ich getan habe, ich werde eines Tages dieses Diesseits verlassen. Und es wird äußerst kurz sein. Es wird so sein, als hätte ich nur den Teil eines Tages auf dieser Erde verbracht, liebe Geschwister im Islam. So ist es so, wenn sie sterben, als würden sie nur einen Vormittag hier auf der Erde verbracht haben. Oder einen Abend, liebe Geschwister im Islam, diese Welt ist kurz. Und selbst unser geliebter Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wurde von Allah subhanahu wa ta'ala, obwohl er der Prophet ist, an den Tod erinnert. Inna ke mayyitun wa innahum mayyitun. Du bist tot und Muhammad sallallahu alayhi wa sallam und sie sind tot. Wenn unser geliebter Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam diese Welt verlassen hat, seid euch sicher, liebe Geschwister im Islam, wir werden sie ebenfalls verlassen. Eines Tages kam Jibril alayhi wa sallam zu unserem geliebten Propheten Muhammad sallallahu alayhi wa sallam und er sagte zu ihm, Ja, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Lebe, solange du willst, weil du bist tot. Du wirst eines Tages zu deinem Schöpfer zurückkehren. Und lieb, was du willst, an weltlichen Gütern, an Geld, an Vermögen, an Frauen. Du wirst all dies eines Tages verlassen und nichts wird dir Nutzen bringen. Außer das, was du für morgen vorausgeschickt hast. Ja, eyyuhaladzina, amanu attaqu Allah. O ihr, die ihr glaubt, fürchtet Allah. Wal ta'anzur nafsum ma qaddamat lirat. Und eine jede Seele soll schauen, was sie für morgen vorausgeschickt hat. Wattaqu Allah. So fürchtet Allah. Inna Allahe khabirun bima ta'amalun. Allah subhanahu wa ta'ala, es kundigt dessen, was ihr tut. Deswegen, liebe Geschwister im Islam, lasst uns auf unsere Taten Acht geben. Lasst uns so sein wie unser Bruder Yusuf. Wie unser Bruder Yusuf, der diese Welt verlassen hat. Aber wie hat er sie verlassen? Das ist es, worauf es ankommt. Er hat sie verlassen, indem er nämlich versucht hat, Isra'u za'at al-bayn zu machen. Indem er nämlich versucht hat, liebe Geschwister im Islam, zwischen zwei sich streitenden Gruppen Frieden zu stiften. Und er wurde dabei getötet. Er wurde dabei getötet, während er diese gute Taten vollbracht hat. Er wollte etwas für seine Gesellschaft tun. Er wollte etwas in der Gesellschaft verändern. Und genau das ist es, liebe Geschwister im Islam, worauf es ankommt. Hört, was unser geliebter Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam gesagt hat. Ala ukhbirukum bi afbali mina suyami wa salati wa sadaqa. Soll ich euch über etwas in Kenntnis setzen, was besser ist bei Allah subhanahu wa ta'ala, als das Gebet, das Fasten und das Spenden, Ja, und Gesandte, aber was sagten die Gefährten des Propheten Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, woraufhin er sagte sallallahu alayhi wa sallam, Isra'u za'at al-bayn, Isra'u za'at al-bayn, das Frieden stiften zwischen zwei sich streitenden Parteien. Und er hat es versucht, liebe Geschwister im Islam, aber hat dies mit seinem Leben bezahlt. Und wir hoffen, dass Allah subhanahu wa ta'ala unseren Bruder Yusuf als einen Schahid bei sich akzeptiert, als einen Märtyrer, weil er sich nämlich für das Gute eingesetzt hat. Aber, liebe Geschwister im Islam, trotz alledem müssen wir uns die Frage stellen, wie konnte es überhaupt dazu kommen? Wie konnte es dazu kommen, dass ein 18-jähriger Jugendlicher sein Leben verliert? Wie ist es überhaupt dazu gekommen, dass diese beiden Parteien sich streiten? Wie ist es dazu gekommen, dass es so weit kommt, dass Waffen gezogen werden? Weswegen? Wegen eines Fußballspiels. Weil Fußball gespielt wurde, ist ein Jugendlicher gestorben. Wallahawla, wallahu wa ta'ila billah. Weil sie sich gestritten haben, wegen Fußball, musste unser Bruder Yusuf, musste unser Bruder Yusuf dies mit seinem Leben bezahlen. Liebe Geschwister im Islam, das Leben ist kurz. Wir haben keine Zeit, uns wegen Fußball zu streiten. Wir haben keine Zeit, uns um weltliche Dinge, wegen weltlichen Dingen zu streiten. Wir haben keine Zeit, uns gegenseitig abzuschlachten. Dies Leben ist kurz. Und gerade, liebe Geschwister im Islam, gerade, liebe Geschwister im Islam, die Zeit der Jugend. Und er ist ein Jugendlicher gewesen. Und er ist gestorben, weil es Streit zwischen Jugendlichen gegeben hat. Was ist los mit unserer Jugend heutzutage? Worüber beschäftigt sich die Jugend von heutzutage? Sie beschäftigt sich mit nebensächlichen Dingen. Anstatt sich mit der Religion auseinanderzusetzen, anstatt etwas für Allah subhanahu wa ta'ala zu machen, anstatt sich einzusetzen für sich selbst, für seine Gesellschaft, anstatt seine Familie stolz zu machen, sehen wir das, unsere Jugendlichen mit ihrer Zeit nicht zu anfangen zu wissen. Unser Prophet sallallahu alayhi wa sallam, er hat uns aufgezeigt, dass die Zeit sehr, sehr knapp ist. Und dass man als Mensch nicht viel Zeit hat. Er sagte sallallahu alayhi wa sallam, irtenim khamsan qabla khams, nutze fünf vor fünf. Und was sind diese fünf, oh Gesandte Allah sallallahu alayhi wa sallam? Die zwei wichtigsten Dinge sind, Hayate qabla mautik, dein Leben vor deinem Tod wa shababaka qabla haramik und deine Jugend bevor du alt wirst. Wir wollen nicht mehr, dass so etwas vorkommt. Wir wollen nicht, dass die Jugendlichen sich wegen solchen Dingen streiten, dass die Jugendlichen ihre Zeit verschwenden. Eure Zeit ist kostbar bei Allah subhanahu wa ta'ala. Und am jüngsten Tag werdet ihr genau nach dieser Zeit befragt. So sagt unser Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, la tazulu qadama abedin yawma al qiyama, hatta yus'ala an arba. Die Beine des Dieners, des Sohnes Adams, werden sich am jüngsten Tag nicht von der Stelle bewegen, bis er nicht über vier Dinge befragt wird. über sein Leben, wie er es vollbracht hat und über seine Jugend, was er mit ihr gemacht hat und über sein Vermögen, wie er es erworben hat und wie er es ausgegeben hat und über sein Wissen, was er damit gemacht hat. Liebe Geschwister im Islam, wir wollen eine Jugend haben, welche so ist, wie es unser Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam gesagt hat, über eine ganz besondere Gruppe bei Allah subhanahu wa ta'ala. Sab'atun yudhilluhum allahu fi dhilli, yawma la dhilla illa dhillo. Sieben Personengruppen werden am jüngsten Tag im Schatten Allah stehen, am jenen Tag, an dem es keinen anderen Schatten geben wird, außer dem von Allah subhanahu wa ta'ala. Und zu diesen sieben Gruppen, liebe Geschwister im Islam, gehört ein Jugendlicher, der im Gehorsam seines Herrn aufgewachsen ist. Genau das wollen wir, liebe Geschwister im Islam. Liebe Geschwister im Islam, macht euch Gedanken darüber. Gerade die Jugendlichen hier. Wie konnte es dazu kommen? Wie konnte es dazu kommen? Das lasst uns aber nicht auch eine andere wichtige Sache vergessen. Und zwar die Sache der Gerechtigkeit. Ebenfalls ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Dass wir, liebe Geschwister im Islam, versuchen, auf richtigem Wege und nicht auf falschem Wege. Falsch, liebe Geschwister im Islam, ist es, Selbstjustiz zu üben. Falsch, liebe Geschwister im Islam, ist es, zum Mord aufzurufen. Das bringt uns nichts. Das wird ihr nicht wieder lebendig machen, liebe Geschwister im Islam. Sondern richtig ist es, dass wir versuchen, über die Justiz, über das Gericht, über die Polizei, für Gerechtigkeit zu sorgen. Das ist unsere Aufgabe. Und wir müssen auch die Politik auffordern, liebe Geschwister im Islam, dass sie genauer hinschauen, ob es sich wirklich hierbei lediglich um eine Art Notwehr handelte. Weil es gibt viele Fragezeichen. Was aber nicht heißt, dass wir jetzt Kurzschlussreaktionen haben, dass wir jetzt falsch handeln. Nein. Ich fordere alle Jugendlichen dazu auf, alle Jugendlichen dazu auf, jetzt nachzudenken, wie konnte es dazu kommen und zu versuchen, genauso, wie es unser Bruder Hatsch Abu Yusuf getan hat, ruhig zu bleiben und Ruhe zu bewahren und mit Besonnenheit voranzuschreiten. Das ist es, was von uns Jungs verlangt wird. Jetzt können wir zeigen, wie wir Muslime wirklich sind. Jetzt können wir zeigen, liebe Geschwister im Islam, was der Islam für eine Religion ist. Liebe Geschwister im Islam, ich möchte nicht lange reden. Ich möchte, dass wir an dieser Stelle insha'Allah ta'ala noch einmal unsere Hände heben und Dua machen für unseren geliebten Bruder Yusuf. Allahumma, Ja. اللهم وسع له في قبره مد بصره اللهم وسع له في قبره مد بصره وافرش له من فراش الجنة اللهم أنزله منزرا مباركا وأنت خير المنزلين اللهم أنزله منازل الصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا اللهم إنه قد نزل بك وأنت خير منزول به جاء فقيرا إلى رحمتك وأنت غني عن عذابه فاغفر له وارحمه يا أرحم الراحمين ويا أكرب الأكرمين اللهم انقله من مواطن الدوت وطيق اللحوت إلى جنات الخلوت في سدر مخضوض وطلح منطود لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين اللهم اجعله من الذين قال فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم شاب نشأ في عبادة ربه اللهم اجعله من الشباب اللهم اجعله من الذين تظلهم في ظلك يوم لا ظل إلا ظلك يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين oh الله oh unser Schöpfer vergب unserem Bruder Yusuf oh الله verzeih ihm seine Sünden oh الله akzeptiere ihn als ein Märtyrer bei dir oh الله akzeptiere ihn als ein Märtyrer bei dir oh الله akzeptiere ihn als ein Märtyrer bei ihm oh الله vergib ihm all seine Sünden die er begangen hat oh الله lass ihm am jüngsten Tag in deinem Schatten stehen an jenem Tag, an dem es keinen anderen Schatten geben wird als deinem Schatten. O Allah, lass ihm am jüngsten Tag in der Nähe unseres geliebten Propheten Mohammed sallallahu alaihi wa sallam stehen. O Allah, schenk ihm die Schaffa'ah, die Fürsprache unseres geliebten Propheten Mohammed sallallahu alaihi wa sallam. O Allah, lass ihm am jüngsten Tag zum Haut, zum Becken unseres geliebten Propheten Mohammed sallallahu alaihi wa sallam gelangen. Und aus diesem einen Schluck nehmen, sodass er nie wieder danach dürstet. O Allah, lass unseren Bruder Yusuf schnell über den Sirat zum Paradies gelangen. O Allah, gib unserem Bruder Yusuf die höchsten Stufen im Paradies in der Nähe unseres geliebten Propheten Mohammed sallallahu alaihi wa sallam. O Allah, lass ihn zu dem Wahrhaftigen gehören. O Allah, lass ihn zu den Märtyrern gehören. O Allah, lass ihn zu den Aufrichtigen gehören. O Allah, sag ihm und sag ihm und sag ihm und sag uns. Und akhir dachwana, an Alhamdulillahi Rabbil Alameen. O Allah, lass ihn zu den Vielen Dank für's Zuschauen.